Ey, ist ja erst mal lustig, dass es 4.20 Uhr ist und ich dir genau dann schreiben will. Aber ich fühle mich so schlecht, Mann. Weil ich einfach verfickt nochmal einen RTW gebraucht habe bei 1,6 Promille, Mann. Ich bin komplett hängen geblieben gestern Abend auf Whisky, so richtig krank. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich konnte auf jeden Fall gar nichts mehr. Ich lag in meinem eigenen Kotze-mäßig. Also nicht ganz so schlimm, aber es war schon hart. Und dann bin ich im Heresien wieder aufgewacht. So mäßig. Genau so habe ich mich auch gefühlt. Und ich habe mit jemandem das Tun gehabt, der mit dir eine Ausbildung gemacht hat. Wie geil. Es ist 4.20 Uhr und ich laufe nach Hause vom Heresien-Kartenhaus. Naja, gute Nacht. Wir sprechen jetzt.